Spannung, Adrenalin und Herausforderung, binnen 72 Sekunden so zu erzählen, dass es jeder versteht. 5, 4, 3, 2, 1. Und das Thema des ZFF 72 in diesem Jahr lautet Heroes, Heldinnen und Helden. Toi, toi, toi und schönes ZFF 72. Dankeschön. Und dann kommt... Dann braucht Sanität. Ja, und dann weiss man nicht, was man sieht, aber geil. Genau, genau. Schreiben wir es auf. Okay, sicher. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wie ihr schon mitbekommen habt, das Thema ist ja Heroes. Wir haben uns ja schon sehr viel Gedanken gemacht und Diskussionen geführt und geschwätzt und uns fast verprügelt. Aber jetzt ist etwas rausgekommen. Das Thema, besser gesagt, die Filmidee steht fest. Wir drehen heute Abend. Hier sind schon Strassen-Landeren. Die Flasche haben schon Strassen, Oberlenburg. Ich habe gesagt, dass ich eine Strassenlaterne lassen darf. Aber wer meint, oder? Genau, das hat sie einfach neu. Und mit dem Rest, das du jetzt hast, ist beliebig schwer, dass du überhaupt etwas siehst. Ja, darum müssen wir es ausprobieren. Also wir machen es da. Wir bleiben da. Ja, weisst du, wenn du auf einem Tiermonitor schon beschissen bist, weisst du auf einem grösseren. Mhm. Genau, gleich. Ja, eben auch. Weisst du, warum ist das? Das ist wegen dem Gegenlieb. Die Aufnahmen sind eine Katastrophe. Ja, das kannst du vergessen. Jetzt nehmen wir die Packung ab, brechen und schauen, was wir machen. Ja, wir haben jetzt zum Glück noch eine Nacht. Wer ist für dich? Wer ist für das andere? Also wir machen es jetzt, aber wir müssen gut durchscripten und nachher durchziehen. Wir haben so viele verschiedene Orte. Und vor dem Dunkeln fertig sind. Ich habe mit der Apothek telefoniert, wir können den 13.30 Uhr drehen. Und dann kommen wir wieder ins Büro. Nein. Die Szene kurz machen. Die Steigen-Szene und zurück ins Büro. Sie sind jetzt für die mit der Aufnahmen. Es sind unscharf. 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 Wir haben jetzt die Aufnahmen mal angeschaut. Das sind die, die ich jetzt hatte. Meine anderen sind noch nicht hochgeladen. Es sieht mega gestellt aus. Aber ich finde jetzt nicht schlecht. Wir machen nochmal alle smile. Alle smile. Wir haben jetzt geschaut. Wir sind noch nicht ganz fertig. Jaaaa. Aber wir sind kurz von zehn. Gut. Dann findest du den Volkreicher von uns und selber hoch. Boah. Nein, ich bin gerade recht zufrieden. Da haben wir es hinter uns. Mhm. Kein Mal. Kein Mal. Worst heiß. Ich bin念那ier geurdeckter motiviert. Schoko, es fühlt es hart in deinen Körper sehr specifications. Nicht moins an錢.